Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. Ja jedenfalls, Luke Hösch weiß Bescheid. Der weiß definitiv Bescheid. Wir wollen helfen. Keine Antwort von ihm. Was? Jetzt gucken die blöd drüber, hä? In Ordnung, dann los. Okay, alles klar. Hier lang! Hier lang? War da was? Und damit erstmal herzlich willkommen zurück bei Resident... Oh Gott, ich glaube, nein, da solltest du nicht reinrennen. Ne, doch nicht, doch. Leon, Leon kommt jetzt. Hier, so sieht Leon als Zombie aus. Okay, der hat eine schwarze Haut. Ein schwarzer! Ist in das Glas reingerannt, oder was? Ja, weil ich gucken wollte. Weil du sagst, ist zurück nicht wirklich was, dann bin ich zurückgerannt. Ja, da sieht man doch. Okay, das nächste Mal, wenn du stirbst, dann zeig ich mal, was man da alles sehen sollte. Ja, ganz ehrlich, ich renne doch nicht hier in eine schwarze Gastronomie rein, wo man gar nichts mehr durchsehen kann. Ja, und? Hält mich noch nicht auf? Unglaublich. So ein bisschen Gas, da ist eine Maske drauf. Zack, sie ist da hinten. Hier drüben. Duhh, 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 Duhh. Duhh, 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 Duhh. Ich war gar nicht gar zu anders egal. Hältst du stair helpiert. Mein Inventar ist wieder voll. Ich krieg's äh äh Kotz. Wohohohohohohohohoor. Dein Abrett kannst du dir nicht in lange Zeit belassen. Warum? Wir wissen noch, wir müssen doch. Wir müssen hoch gleich. Ja, ich hab die Steuerung wieder komplett vergessen. Leon. Du bist neben mir, nicht nur ich hier. Ich hab die Steuerung aber auch vergessen, um ehrlich zu sein. aber so gut dass wir jetzt gerade nur so ein autorunner haben und nicht irgendwie was ernstes so jetzt kann ich noch mal brett einsammeln oh guck mal hier ist auch ein secret wir sind auf dem weg zum turm und darf den evakuierten zu sehen wir hatten draußen eine fahrung wenn ihnen das hilft oh shit warte jungen jetzt ist zu spiel ach dieses spiel alter das regt mich schon wieder auf ich nenne keinen Bock mehr auf die aufnahme wir haben die haben wir auch angefangen erst und da und das ist das Zeichen das ist das Zeichen so und jetzt das Zeichen wo ist das Zeichen der in dem Regal aber das ist eh keine Zeit mehr kann's auch von hier oben anschließen okay, wir sind auch rauskommt alle, wir stehen direkt drinnen Junge wir stehen noch drin was soll das denn jetzt das Spiel ist so unrealistisch ach genau, Nahkampfangriff war äh Dings ohne zu zielen einfach trocken wir müssen los wir müssen los da sind auch noch Skill-Punkte Skill-Punkte? das waren nicht Skill-Punkte ooooh, er ist Racha ooooh, wer ist wie viel ich das paniere wie renne ich nochmal äh, Leertaste gleich vor der Tür, los Junge ich weiss wirklich gar nichts mehr ich weiss auch nichts mehr, das ist mir gerade selbst wieder eingefallen los, schnell, schnell lass die doch mal in Ruhe, die bringen doch eh nix hier lang hier lang hier lang hier lang oh jetzt, wie lange darf ich wieder Autofahren nicht aufdrehen weg hier ok, dann drehen wir uns nicht um Hodor das war Hodor ok, festhalten ich will fahren hab ich da auch an der Uni gut hinbekommen das Fahren das ballern wir wo kommt die ganze Asche her wo kommt die ganze Asche her vermutlich von der Rakete HQ an Charlie Planänderung Tachi ist Schwergebiet für Sie Rückzug, warten Sie auf weitere Befehle da liegen Skill-Points auf der Treppe Rückzug, das ist ein Befehl ey, wir können uns umgucken sogar währenddessen du müsstest mich sehen, oder? ich bin auch überfahren weil ich kann nicht nach hinten gucken ja genau, einfach überfahren ja, was willst du denn da noch retten? Sie wollen uns umzingeln, wir müssen los ja, fuhr doch ich hab's, ich hab's gehst du gerade? ja oh Gott ist das langweilig alter Junge hier ist gerade emotional alle sterben worden vor allem der Fett 20 oder so ne, der chillt halt während die noch hier auf den auf dem kühler Grill da rumschillen können ich kann sogar mit rechter Maustaste sogar noch ranzoomen ist das spannender? anscheinend nicht ne wenn man vor allem die Köpfe platzen wenn man die an den Beinen trifft ja das war ein markerschütternder aufgerallern weiter kann er uns nicht bringen gerade aus dem Rauch raus vielen Dank dafür vielen Dank passen sie auf sich auf so ist Echo Team kommen ist jemand da? die brechen aus kommen sie hin oh shit, Hilfe ja ist klar ja ist klar Sequence completed die haben's aber auch ne, die haben gefahren laut die vollkommen immer ständig 3 Millionen Mal die haben viel zu schnell fahren mit 30 km wegfliegen Das war fast 1 zu 1 die Zehnen aus dem Prolog, oder nicht? Vielleicht sind wir jetzt wieder beim Prolog. Oh shit. Alles wieder. Ich helfe dir. Ich helfe dir. So. Du brauchst die Hilfe, du kriegst mir was mit dem Kopf hoch. So, jetzt steuer ich uns hier. Ja. Du kannst dich gar nicht bewegen. Echt? Nee. Das ist aber nur Katzien. Ich hätte jetzt hier hoffen. Die ganze Aufnahme besteht bisher nur aus Katzien. Ja, ist doch cool. Das war Aida. Aida Wong ist tot, sagten sie doch. Labadababa. Es ist... Es ist Aida Wong. Oh, Aida. Ich dachte, sie wäre tot. Ne, das schlug dein Kopf mehr. Ballert du uns, ne? Nicht ballert du. Es sind zu viele. Ja, so viele sind sie auch nicht. Leon, da lang! Hört Leon da lang. Ja. Oh, du mit deinem scheiß Dummkummer Messer, ne? Ja. Ja. Besser, weil wir muss mal gerinnen. Du musst direkt Statement setzen. Ich glaube, da kommen wir mal neue. Wir müssen einfach mal weiter rein. Ich glaube, das bringt dir nichts, jung. Und denk dran, mit eins kannst du dich heim. Hm, das weiß ich noch. Ah, warte mal. Ich kann das Geld mit Kettler alles ändern. Leon, Leon, hören Sie mich? Ist alles okay? 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 Ich fürchte, das wird alles noch schlimmer. Der Abgang ist auch... ich komm jetzt auch runter. jetzt geht er und nur noch sinnlos gemacht gar nichts mehr alles klar vorwärts kreisexplosionen die helikopter absturz